Moin Leute, hier zurück bei Outriders. Jetzt geht weiter mit mir und Escanor. Ja, enge Wand ist zu Ende. Jetzt geht's weiter. Mal gucken, was uns alles erwartet. Nebenmissionen sind erstmal jetzt nebensächlich. So, starte wieder. Gucken, wo es hingeht. Müssen wir jetzt nach Utagad oder müssen wir jetzt... Ne, Utagad sind wir gar nicht gerade, ne? Unbekanntes Revier. Ah, ok. Warum bin ich noch hier? Verlassensforsch. Ich sollte da oben wegnehmen. Was zum Teufel. Das sind unsere Trucks. Keine unserer Expedition hat den Dschungel überlebt. Wie ist denn das möglich? Wenn sie vom Wald kamen, fahren sie in die falsche Richtung. Nein, seht nochmal hin. Das sind nicht unsere. Also Feinde? Oh mein Gott! Ist das eine Brennstoffzelle? Solche Technik habe ich noch nie gesehen. Wer zur Hölle warnt die? Wer immer sie waren, sie sind tot. Das war ein Massaker. Wir müssen hier weg. Schana? Wir brauchen einen Unterschlupf. Los zu den Felsen. Oh, oh. Oh, oh. Echos. 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 Oh, warte mal, Klassenfähigkeit. Zwei freigeschaltet. Im Moment. Mal das mal. Und dann, was das hier? Warte mal, dein Phoenix. Finde einen Unterschlupf für dein Team schon wieder. Bin ich verrückt oder hast du auch das seltsame Gefühl, dass diese Stürme uns folgen? Ja, das gefällt mir gar nicht. Bleib zurück. Ich mach den Weg frei. Das verstehe ich nicht. Woher hatten die Rebellen funktionierende Fusionszellen? Das waren keine Rebellen. Die Elektronik in diesen Trucks muss auch in der Wüste funktioniert haben. Vor langer Zeit. Wer zur Hölle waren sie dann? Kamen sie auch von der Flores? Kolonisten, die zu einem anderen Ort auf den Planeten geschickt wurden? Eine Geheimmission? Nichts mit ungeraft zu tun hat? Hör. Die Verkündung sind ja nicht verrückt. Das hier alle ein, die nicht von uns nimmt. Tja, im Moment. Super Spaß haben wir. super schlimm ist, Tapas. Konsum, beibiere es. Tja, oil oder die dubbel sind. Quantid hier in der Ab Philosophy ist gut Cafeter, wir sind nochmal verstanden. Nice. Oh, blitzschicht da. Oh, blitzschicht da. Das war's. Sie ist hier, wir sind hier. Okay, wo sind wir noch? Okay. Ja. Hat August was Hilfreiches gesagt? August ist stiller als sonst. Ich habe August schon verängstigt erlebt, aber da war auch immer Neugier in diesem Blick. Jetzt sehe ich nur Furcht und ich weiß nicht, was... Hm? Ich dachte, wir schaffen es nicht aus dem Sturm raus. Ach, fuck, jetzt habe ich es übersprungen, wollte ich gar nicht. Egal. Ach, wollte ich gar nicht. Ja, aber kann es sonst weitergehen? Ich weiß nicht mehr, wohin August will. Ach, bist schon vorgelaufen, Alter. Ehrlich? Vogel. Me Ich, bin ich. So many ... ... ... 3 5 6 6 oh Ja! Muss nicht mehr! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist definitiv eine Militärbasis, aber ich erkenne die Abzeichen nicht. Jedenfalls wissen wir jetzt, wer die Bestien ihre Waffen haben. Da stellt sich die Frage, gäbe es Gegner wie diese Bestien auch auf unserer Seite des Tores, hätten wir Menschen uns dann auch gegenseitig bekämpft? Tja, das wäre doch toll gewesen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Alter. Das war's für heute. 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 Geil, Gütze! Was ist das von denen? Ja, die werden geschlossert, aber das kann man sich nicht so gut stellen. Die Dich ist halt angeschlossen. So, verschicken. Da ist ja was drin vielleicht. Ah ok. Aber wenn Nahkampf dich attackieren, dann machst du so Blitze wahrscheinlich. Also hat es mir so aus. Was hier? Einsammeln? Ok. Hey, hier ist ein ganzer Haufen an Berichten. Machst du Witze? Von den Leuten, die hier waren? Was steht drin? Anscheinend sind sie auf die gleichen feindseligen U-Einwohner gestoßen wie wir. Sie nannten sie Bestien. Sie errichteten dieses vor als Basis, um Speer zu entsenden und die Bestien zu finden. Aber die Bestien fanden sie. Dann hat wohl niemand überlebt. Der Name Monroy taucht häufig auf. War wohl der Anführer. Monroy. Ja, schön, Speerpunkt. Geht auch. Oder Reisepunkt, ja gesagt. Ö, draußen ist voll. Krass, ich krieg eine Salbe ab und so ein kleiner Faschistchen. Aber ich schieße die anderen Faschistchen, die wir nicht zurückkommen, dass das klingt. Auf die Füße. Okay, Sahidi, der Weg ist frei. Ich warte dann auf euch. Was ist das? Sahidi, versteckt euch. Ab Gesellschaft. Oh nü. Guck mal, was wir noch ein bisschen hinbewegen lassen. Geht wieder rein, wa? Oh. Reinkommen lassen, ja. Na, na, na. Guck mal, muss ich nur wieder nachladen. Guck mal, muss ich nur noch ein bisschen hinbewegen lassen. Guck mal, was ist das passiert? Oh, shit. Die rennen ja einfach so durch. Ich bin hier drauf. Oh, oh. Ich kann mich grad wiederholen mit Phoenix killen. Irgendwas. Hilf nimmer, Leider. Ja, das muss man irgendwie reinrennen kann irgendwo, ne? Das ist ja ganz cool. Oh. Ach komm. Hä? Ich hatte nur eine kleine Salve abgekriegt. Och man, ey. Äh. Äh. Moment. Ich hab' was auch gekriegt, jetzt immerhin mal einen. So, fertig. Naja, dann müssen wir halt da hinten drüber irgendwo. Sahidi, ich habe einen alten Stromgenerator eingeschaltet. Der sogar noch funktioniert. Ich glaube, er versorgt eine Art Hauptquartier. Da hast du deine hochwertige Militärausrüstung. Läuft nur mit Benzin, komplett ohne Elektronik. Darum funktioniert sie auch noch. Oh, ganz schön laut! Okay. Haha. Okay. 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 Okay,. Das war's für heute. Ich hatte auch so diese komische Heizungen, die wir immer durchbenden wollen, ne? Das ist doch schwarz. Scheiße. Das war's für heute. Jetzt. Das war's. Okay. Da kommt er. Uh oh. Heh. Da waren gerade ganz viele zu dir. Oh. Einer ist durchgegangen. Das ist ja der. Oh. Oh. Guck mal hier. Wir rein. Wir reinbezogen zu denen. Da ist noch einer drinnen geworden. Oh oh. Wird ich wiederholen oder eher nicht? Zwei ja da ist nichts zu ne? So. So. Also. So. 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 Ich hab's schon weg, ha 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 ich glaube das war der letzte sie wollten einen hinterher der Außenposten ist sicher bitte dafür dass es auch so bleibt ja nicht schlecht nicht schlecht hörst du das das ist eine Relaisstation was zur Hölle leitet die denn weiter unser Signal das Signal waren die aber wie konnte es senden als ich landete wie kann das überhaupt möglich sein kann es nicht es kann nicht sein nur ein Raumschiff hat die Erde verlassen unseres wer war es dann völlig egal diese Koordinaten wir finden sie verbinden uns und kontaktieren die Flores so jetzt müssen wir uns erstmal ruhigen wir haben die Koordinaten und warten auf dein Kommando danach geht in der nächsten Mission wahrscheinlich wieder weiter ok wir werden kurz mal gucken hier was ich hier alles schönes hab ein bisschen hier weit ok sehr schön das war dann mal so schnell so auszeichnungen ok so warte ja das war jetzt gerade hier Echos geht gleich direkt weiter im nächsten Witt und jo geht ab sagen wir es mal so danke an Escano fürs Helfen und dann danke an euch fürs Zusehen danke für den Support dann bis zum nächsten Mal reingehauen und tschüss berättet bis zum nächsten Mal